heute möchte ich mal über meine top 5 systeme derzeit sprechen denn es gibt ja einiges da draußen dazu werde ich zuerst zwei systeme vorstellen ist nicht in die engere wahl geschafft haben grund dafür ist aber dass ich diese spiele noch nicht spielen konnte weil die noch gar nicht auf die markt gekommen sind aber dass es wert sind eben genannt zu werden ich freue mich auf diese beiden tabletops die werde ich mir hier an erster stelle gleich mal ansehen und danach kommen eben meine top tabletops chemische systeme die mich aktuell einfach interessieren wo ich eben einfach gründe dafür habe wieso ich diese spielsysteme spiele wieso ich diese so interessant finde das erste spiel das ich hier erwähnen möchte weil es eben noch nicht erschienen ist ist es in feld von freebooter managers ich spiele ja schon eine ganze weile freebooters fällt und hier auch dieses spiel ist für mich persönlich von interesse hat in die ähre auswahl beziehungsweise top 5 wie gesagt deswegen nicht geschafft weil das spiel noch gar nicht erschienen ist hier gibt es aber schon diese game found kampagne könnt ihr euch ja gerne mal anmelden um das ganze auch weiter zu verfolgen auf alle fälle mir gefallen hier die figuren das ganze styling wie das die welt aufgebaut ist und auch das was ich bisher gesehen habe auch deswegen als erste erwähnung ein bisschen weil das leider noch nicht sonderlich viel ist aber das was man eben aktuell schon an informationen finden kann und finden konnte sind schon sehr sehr interessante sachen die für mich da herausspringen aber ich habe es halt noch nicht geschafft es enden fällt auch mal irgendwo anzuspielen oder auszuprobieren daher hier nur mal eine erwähnung dieses spiels aber wie man hier schon sieht vorne ab die figuren die man hier schon sehen kann sehen sie ja sehr gut aus und deswegen von meiner seite her auf alle fälle eine erwähnung wird die zweite erwähnung ist warcroft von corpus belli eben auch aus dem selben grund das spiel ist noch nicht offiziell erschienen man kann es aber aktuell oder in kürze vorbestellen und ich bin aktuell in sehr auf diesen zug wird das spieler mal ansehen zu wollen und überlegen gerade tatsächlich auch die vorbestellung zu machen im gegensatz zu es enden feld haben wir hier ein tabletop das eben wenn es ihr bereich angesiedelt ist im ersten moment vielleicht für viele nicht so interessant oder im ersten moment nicht so viele unterschiede die man viel die man hier erkennen kann was mir persönlich aber schon mal sehr gut gefällt sind die fraktionen bzw auch die figuren die wir schon gesehen haben ich habe ja da auch schon zwei videos bei mir auf dem kanal wo wir ein bisschen über war pro reden und uns eben unter anderem die beiden videos zur kommenden zwei spieler starter box und zum regelbuch ansehen und dort konnte man schon sehr gut diese figuren sehen die wir auch hier gerade im bild haben die eine sehr gute qualität haben wie man es auch von corpus will eigentlich gewohnt ist von infinity das setzen sich hier mit der figuren qualität weiter bei war aber eben wie gesagt das spiel selbst ist noch nicht erschienen auch hier diese ort modelle gefallen mir persönlich sehr sehr gut obwohl ich an und für sich gar nicht so der ort spieler bin aber definitiv eine fraktion die ich mir vielleicht mal ansehen werde was mir besonders gut gefällt ist so ein bisschen das system das man schon gezeigt hat vor allem es gibt ja auch mittlerweile die regeln die man sich schon als kostenlos bdf herunterladen kann zu workroom und da habe ich mich ein bisschen eingelesen und schon ein paar sachen für mich eben herausgestellt die für mich ganz einfach interessant sind und deswegen ist das spiel auch hier nicht in top 5 gekommen aber eben als erwähnung weil eben das spiel noch nicht erschienen ist aber zum beispiel was wir hier sehr gut gefällt es geht in eine teilweise ähnliche richtung wie infinity dann aber wieder einen anderen weg was meine ich damit bei infinity haben wir diesen oder pool denn wir so lange verwenden können so lange wir eben noch das in diesem pool zur verfügung haben das hat aber jetzt keine auswirkung auf die einheit auf die figur ob wir eine einheit überhaupt nicht in einem spielzug aktivieren oder ob wir sie zehn mal aktivieren und was mir hier bei workroom gefällt ist dass es so etwas wie erschöpfung gibt also man kann eine einheit aktivieren man kann aber eine einheit die man bereits in diesem zug aktiviert hat zu einem späteren zeitpunkt noch ein weiteres mal aktivieren direkt im anschluss oder auch zu einem späteren zeitpunkt während der runde und dadurch wird sie aber erschöpfter und was macht das spiel dann praktisch sehr interessant weil man eben nicht darauf festgelegt ist jede einheit nur ein einziges mal aktivieren zu können in einer runde und aufgrund dessen dass jedem jeder spieler jede seite immer eine einheit abwechselnd aktiviert gibt das sehr sehr viele möglichkeiten im spiel was man machen kann und geht eben wieder eine ganz andere richtung und eben nicht das gleiche was man bei infinity hat mit eben den aros den reaction orders die man eben bekommt wenn eine aktive einheit etwas macht sondern es geht wieder einen neuen weg und einen der sich für mich sehr sehr interessant anhört möchte ich mir auf alle fälle auch ein bisschen weiter anschauen in zukunft und deswegen ist das hier die erwähnung nummer zwei bevor wir jetzt schlussendlich dann zu meinen top fünf kommen auf dem fünften platz ist hier peter von mantic games wie schon zu anfang des videos gesagt das ist meine persönliche rangfolge hat auch jetzt gar nichts damit zu tun dass das hier der zahl als fünftes schlechter ist als die anderen vier spiele jetzt noch kommen sondern das ist nur mein aktueller stand und hat eben verschiedene gründe wieso diese reihenfolge so zustande gekommen ist bei der zahl deswegen auf rang nummer fünf weil ich das spiel noch nicht wirklich gespielt habe ich habe mal reingeschaut also ich besitze es selbst nicht habe es aber schon gespielt was es eben qualifiziert dass es hier auf der top fünf liste landen kann aber eben wie gesagt habe ich nur ein paar einführungen damit mal gemacht beziehungsweise demospiel und daher kenne die regeln und kann auch sagen es ist sehr einfach rein zu kommen man muss nicht mal die regeln sich selbst durchlesen und bekommt das nur kurz erklärt und bereits eigentlich ab der zweiten runde weil schon ziemlich alleine unterwegs was die regeln betrifft ich brauche nicht mehr so viel unterstützung also es ist eben ein sehr eingängiges tabletop spielsystem dass es eben sehr einfach dann auch macht für den einstieg und deswegen ist es dann auch bei mir jetzt auf dem fünften platz hier gelandet und eben in verbindung auch damit dass man mit diesen zwei spieler starter boxen wie wir hier eine sehen eben schon alles hat was man benötigt man bekommt ein zwei auf zwei fuß spielfeld dass man sieht hier eben das kann man auf einem küchentisch spielen was es noch einmal für die liste hier gut qualifiziert man hat die kompletten regeln drinnen mit allen einheiten profil man muss sich nichts extra kaufen man hat dieses ganze gelände dabei würfeln eigentlich alles was man spielen kann aber was man benötigt um zu spielen und das interessante eben dabei ist noch man benötigt kein maßband denn es wird von feld zu feld quasi gemessen jede die verschiedenen oder die das spielfeld ist quasi ein würfel unterteilt sowohl in der ebene als auch nach in die höhe und man kann sich dementsprechend dann bewegen also ist in der bewegung quasi angegeben einheit xy kann sich aus nummer vier welt felder oder drei felder weit bewegen sie uns von bret spielen hier zum beispiel kennt zusammen eben mit einer angebe maximal so und so viele figuren dürfen in einem feld stehen und das macht es dann sehr einfach und sehr schnell auch spielbar und ich habe zum beispiel mein thema spiel davor hatte ich noch überhaupt keine berührungspunkt gehabt mit diesem dead song waren 20 minuten erledigt ist wirklich ein komplettes spiel ohne dass ich hier aber komplett von der platte gefegt worden bin und deswegen ist eben dieses spiel auf platz 5 bei mir weil man es sehr schnell spielen kann man kommt sehr schnell rein und dementsprechend kann man es auch mal zwischen schieben wenn man vielleicht am spiele abend im verein sagt ich habe jetzt ein paar minuten eine halbe stunde zeit bis mein nächster spielpartner für ein anderes spiel kommt ich werfe dort mal 20 minuten dead song eine partie mit rein weil jemand anderes noch da ist mit dem ich das spielen kann deswegen auf platz fünf von meiner seite auf platz nummer auf vier meiner aktuellen lieblings skirmish haben wir die dritte edition von mario vor das spiel hätte durchaus etwas weiter vorne laden können weil ich das spielsystem sehr ansprechend interessant finde weil eben im gegensatz zu anderen table tops oder zu sehr vielen table tops verwendet mal eben keine würfel sondern eben ein kartentech das heißt man hat einerseits sein kartentech als jeder spieler eines von dem werden karten gezogen wenn man aktionen durchführt die eben eine karte benötigen wie zum beispiel eine attacke oder einen zauber in diese richtung dann muss man eben dort eine karte ziehen zusätzlich dazu ist man aber nicht darauf angewiesen diesen wert zu verwenden denn das wird sehr häufig gegenübergestellt gemacht also sowohl der angreifer als auch der verteidiger zieht jeweils eine karte es wird da ein dementsprechender angriffs- und verteidigungswert quasi dazu addiert zu dieser zu dieser zahl der karte und so wird dann das ergebnis bestimmt aber das interessante für mich ist hier man ist nicht darauf gebunden diese ergebnisse zu verwenden sondern jeder spieler hat noch eine entdeck von handkarten die er im hart die der gegner nicht sehen kann und diese karten kann man zum cheaten quasi verwenden so wird auch im spiel beschrieben man hat eben die möglichkeit diese karten auszuspielen um sein ergebnis zu verändern und dadurch kann man hier ein bisschen mit den ergebnissen variieren und das macht das ganze natürlich sehr sehr interessant und deswegen auch bei mir hier auf platz 4 aber deswegen auch unter anderem auf platz 4 weil das spielsystem sehr komplex zu erlernen ist wie ihr hier schon seht auf dem screen hier rechts ist so eine spielkarte abgedruckt das ist auch nur eine seite man hat quasi auf der vorderseite die einheiten beziehungsweise die einheiten das einheiten profil des jeweiligen charakters mit den aktiven fähigkeiten das ist meistens auch noch ungefähr die hälfte von der karte unten die hier vorgeschrieben ist mit diesen fähigkeiten und auf der und eben den lebenspunkten und auf der rückseite hat man dann sämtliche aktive fähigkeiten die der spieler quasi oder der charakter verwenden kann wenn er angreift spricht alle seine waffen profile alle fähigkeiten zauber die er anwenden kann und 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 da diese karten im tarot format sind ist das sehr viel text sind das sehr viele regeln und es gibt im endeffekt sehr viele regeln die dann auch spezifisch auf wenige charaktere oder auf einzelne charaktere sind so dass man diese gar nicht unbedingt in einem kursar oder so findet in einem index für irgendwo sondern eben nur auf diesen karten die vorzugsweise natürlich eben auch online zur verfügung stehen dass man kann sich das jederzeit auch anschauen hat man immer zugang dazu aber dadurch wird das spiel auch wenn das gameplay sehr interessant ist in diesen spielkarten wird das spiel sehr schnell wirklich komplex man muss ich hier wirklich rein fuchsen um eben dieses spiel wirklich richtig vernünftig zu spielen richtig zu meistern wenn man hier nur hin und wieder sich das ganze anschaut vergisst man sehr sehr vieles oder kommt gar nicht richtig rein daher das spiel alles in allem für mich definitiv die top 5 fährt aber eben nur auf platz 4 weil es meiner meinung nach sehr sehr komplex ist hier in mal vor überhaupt mal rein zu finden wenn man sich entscheidet dieses table top anfangen zu wollen dann kommen wir zu dem top 3 platz nummer 3 wie wir es hier schon sehen ist bei mir das feld hat einerseits damit zu tun ich spiele das spiel eigentlich seit es erschienen ist schon eine ganze weile ich glaube 2008 oder so leider nicht so häufig wie ich gerne würde aber wieso platz 3 und wieso ist es auch weiter vorne als zum beispiel eben mal vor denn auch das feld verwendet spielkarten jedoch auf eine simplere art und weise es man hat eben auch hier dieses konstrukt ich habe einen angriffswert zum beispiel einen stärkewert bei der waffe zieht dort eine karte von einem spielteck verwendet eben auch keine würfel und dieser kartenwert wird dann eben hinzu addiert aber es gibt eben nicht diesen bonus oder diese möglichkeit hier diesen dieses ergebnis großartig zu verändern dafür ist das spiel kurzweiliger man hat nicht so viele regeln bei weitern man kommt sehr viel einfacher aufgrund dessen rein weil man sich eben das regelbuch kaufen kann beziehungsweise die paar bücher die es gibt und dann alles eigentlich hat was man zu spielen braucht es gibt auch charakter karten die sind aber wesentlich übersichtlicher als eben diese regelwüste die man auf den spielkarten von malifaux eben findet daher ist der einstieg sehr sehr viel einfacher auch das setting mit diesem fantasy piraten setting auch wenn ich dieses thema von malifaux auch interessant und gut finde finde ich gerade doch auch wieder ein bisschen interessanter mit dieser kombination piraten und goblins und assassinen also da kommen einfach sehr viele aspekte zusammen die hier für mich persönlich sehr gut zusammengestellt worden sind und wir hatten ja schon vor in der ersten erwähnung der nicht top 5 im fn in feld als erstes was ja auch von freeboot am interest dann sein wird und bald veröffentlicht wird hoffentlich und hier haben wir mit freeboot das feld eben das erstlingswerk sozusagen ein spiel das eben jetzt schon eine ganze weile auf dem markt ist und das auch zurecht deswegen auch platz 3 bei mir da man hier ganz einfach ein sehr viel einfacheren einstieg hat das einzige was ein bisschen schade ist was mittlerweile auch schon in planung gewesen ist aber dann sich irgendwie verzögert hat wird sicher noch kommen sind eben zwei spieler starter boxen oder eine zwei spieler starter box zumindest wo man einfach alles zusammen bekommt was man zu spielen braucht denn das hat ja bisher noch nicht gegeben für würde ich sehr interessant finden auch wenn es mich persönlich nicht mehr so sehr betrifft da ich keine ahnung vier oder fünf der mannschaften ohnehin habe zu einem großen teil oder zu einem gewissen teils so dass ich sie spielen kann also genug figuren so dass ich ja das so dass ich selbst keine zwei spieler starter box mehr brauche aber trotzdem ist das etwas wo ich eben finde zwei spieler starter boxen sollte ein dem top einfach zur verfügung stellen ist war meine persönliche meinung und wie gesagt deswegen auch für das feld auf platz 3 weil ich finde der einstieg der einstieg ist einfach die regeln sind einfach herzulernen so dass man mal den reinkommt und das spiel wird dann eben im zusammenhang mit dem was man auch machen kann was er doch sehr vieles ist in während eines spiels dann eben komplexer wird so dass man sich hier schritt für schritt ein bisschen einarbeiten kann und daher für das feld für mich platz nummer drei meiner lieblings stelle tops auf platz nummero 2 infinity von corpus belli ein spiel das schon das ein oder andere mal hier auf dem kanal zu sehen war dass ich persönlich sehr interessant finde und alles in allem würde ich vielleicht sogar sagen hätte es auch den ersten platz bei mir verdient weil ich hier sowohl das universum interessant finde als auch die spiel regeln und auch die figuren wenn wir uns die hier ein bisschen zu ansehen diese infinity figuren sind sehr viel detaillierter als man das teilweise von 28 mm figuren anderer hersteller eben sieht die stechen ganz einfach für mich vom style von den details und eben dass es nicht so hier ist einfach hervor gegenüber anderen figuren hersteller anderen tabletops und das ist eben etwas dass ich sehr ansprechend finde dass mir ganz einfach gefällt dazu eben das generelle setting auch dieses konstrukt dass man hier nicht total fantasy oder nicht total sein unterwegs ist sondern ich glaube irgendwann bereich 180 jahre in der zukunft man kann hier ein bisschen mehr die verbindung ziehen von jetzt in diese zukunft das macht für mich interessant und wieso bei mir platz zwei ist zum einen wie schon gesagt das konstrukt der regeln mir gefällt es einfach einerseits man hat diesen p20 den man verwendet als würfel hier also mal wieder kein karten system im einsatz zu sondern würfel aber eben 20 mit einem gegenseitigen system quasi das heißt ja es gibt immer einen aktiven spieler der an der reihe ist der hat eine gewisse anzahl von orders zur verfügung die er verwenden kann komplett frei das heißt man ist nicht darauf angewiesen eine figur nur ein einziges mal zu aktivieren im spieler zug sondern man kann die ein und selbe figur auch so oft aktivieren wie man eben noch befehle als orders hat das ist doch das was ich vorhin bei walk over der erwähnung auch erwähnt auch angemerkt hatte schon dass es da auch so etwas ähnliches gibt was dann doch wieder in eine andere richtung gehen wird beim euro dafür eben diese erschöpfung system und die das haben wir hier eben nicht bei infinity das geht wieder ein bisschen in eine andere richtung aber eben wie gesagt man hat hier einfach diese taktische möglichkeit ich habe zum beispiel zehn orders zur verfügung in meinem spieler zu also könnte ich eine einzige einheit auch zehn mal aktivieren und über das komplette spielfeld laufen lassen und irgendwelche missionsziele erfüllen oder gegnerische einheiten ausschalten aber ich könnte theoretisch auch den genaum umgekehrten typischen tabletop weggehen und jede meiner figuren ein einziges mal aktivieren was aber eigentlich bei infinity grundsätzlich keinen sinn macht und eben genau diese verwendung von diesem order pool mit diesen möglichkeiten die einem dadurch zur verfügung stehen bringen das spiel bei mir so weit nach vorne wieso es aber dann schlussendlich nicht auf dem ersten platz gelandet ist auch wenn es insgesamt vielleicht mein lieblings tabletop über allem ist ist es im bereich des einstiegs die regeln sind noch immer sehr sehr kompliziert man kann sehr viel machen der gegner hat auch die möglichkeit eben zu reagieren das ist wieder ein pluspunkt weil ich das interessant finde weil so alle beiden alle seiten eben am spiel aktiv quasi beteiligt sind sowohl der spieler der aktuell seine truppen bewegt der seine orders ausgibt aber auch die gegnerischen modelle die eine sichtlinie ziehen können auf ein agierendes modell dürfen eben reagieren so sind immer alle beiden seiten am spiel beteiligt macht aber auch sehr komplex und auch sehr unübersichtlich da man es hier sehr einfach als anfänger mal übersehen kann und auch später einheiten zu aktivieren oder reagieren zu lassen gerne sich die hätten und damit vielleicht erst später drauf kommt dass man hier noch eine reaktion gehabt hätte und aber alles in allem auch wenn es mittlerweile in m4 ein bisschen einfacher gehalten ist mit den regeln sind es doch noch immer sehr sehr viele regeln im vergleich zu anderen tabletop und auch zu anderen skirmish tabletops was eben den einstieg sehr sehr schwierig macht meiner meinung nach auch wenn es tut es wie kommt worden gibt aber ich muss es ganz ehrlich sagen ich habe noch niemanden gesehen und kenne niemanden der wirklich kommt worden spielt es geht eigentlich jeder direkt auf in vier beziehungsweise die leute die schon länger bei ihnen finden dabei infiniti dabei sind spielen ohnehin in vier also da keine ahnung was wirklich angedacht ist aber daher auch nur platz 2 für infiniti weil es eben diese steile einstiegskurve hat wenn man mit dem tabletop anfangen möchte und damit sind wir jetzt beim ersten platz angekommen meiner persönlichen top 5 und das ist aktuell keine wahl von titi combat und wieso ist das genau der fall grundsätzlich weil man hier ein regelsystem hat das einerseits wie in der vergangenheit hier in diesem video erwähnte spieler wie infiniti oder auch wie mali vor und auch dann später workflow man hat die regeln ganz einfach kostenlos man müsste sich theoretisch nicht mal ein regelbuch kaufen das heißt das macht schon mal den einstieg vergleichsweise einfach in karnevale da die figuren sind meiner meinung nach einfach genial also ich habe schon gesagt mir gefallen die figuren bei infiniti sehr sehr gut das ist auch ein grund wieso es auf platz 2 unter anderem eben gelandet ist und das gleiche trifft auch bei karnevale zu mir gefallen die figuren der stil der figuren sehr sehr gut das komplette setting eigentlich mit diesen 1790 herum oder 17 was auch immer mit diesem thema in venedig mit magie mit eben so ein bisschen gefühlt thema vampire werwölfe und so creepy doktoren und alles mögliche das ist ein sehr sehr interessantes setting mit wie sie es hier schon auch seht sehr sehr coolen figuren nicht alles ist so dynamisch vielleicht nicht alles was einem gefällt aber es geht einfach mal auch ein bisschen einen anderen weg eben auch mit fraktionen wie dem vatikan den man eben passend dazu hier spielen kann mit schon teilweise sehr interessanten figuren die man eben hier bekommt und auch für durchaus andere spielsysteme verwenden kann wenn man das möchte und was das spiel eben noch so weit nach vorne und schließlich auf den ersten platz gebracht hat ist das regelsystem selbst den regeln sind nicht nur kostenlos sondern sie sind auch sehr einfach gehalten wenn man sich die regelbücher kauft ganz egal ob das jetzt das alte quasi regelbuch hier ist das damals mit dieser neuen version von karneval das von die komplett veröffentlicht wurden ist erschienen ist das aber leider regeltechnisch nicht mehr up to date ist oder ob man sich jetzt blatt on the water holt was quasi ein kampagnenbuch ist im endeffekt aber das neue regelbuch wenn man es genau nimmt man hat hier zum großen teil in diesen büchern ganz einfach trennen und nur einen sehr überschaubaren regelanteil ich habe auch dazu diese beiden regelsysteme auch videos gemacht hier auf dem kanal könnt ihr euch gerne mal anschauen aber dadurch ist eben der einstieg in karneval ist ja sehr einfach man hat hier den text der die wert also den üblichen profil werte wie weit kann sich die figur bewegen wie viele attacken hat sie und so weiter wie viel hält sie aus wie viele lebenspunkte das ist alles nichts besonderes auch das thema mit dem text der wird nicht das ist halt ein wert der für sehr vieles verwendet wird was das spiel aber interessant macht sind die tatsache dass hier zehnseitige würfel verwendet werden zusammen mit einem speziellen zehnseitigen würfel der einfach meine andere farbe haben sollte dass man ihn eben erkennen kann beim würfeln und damit ist schon sehr vieles möglich weil einerseits haben so wie in vielen anderen tabletops auch wie zum beispiel von frieden das feld haben auch hier charaktere zwei aktivierungen die sie durchführen können es wird abwechselnd aktiviert jeder spieler eine figur dann ist die andere seite dran bis eben alle figuren aktiviert sind anführer modelle haben im regelfall drei aktivierungen können also ein bisschen mehr machen was das ganze aber eben interessant macht ist dann eben die möglichkeiten die man hat wenn man muss dann zum beispiel weil ich gerade vorhin schon dieses text der die erwähnt hatte immer eine text der die wurf machen wenn man irgendwo drüber springen möchte oder rauf klettern möchte zum beispiel und von dort aus sind dann eben viele sachen möglich denn wenn man den wurf schafft kann man ganz normal hochklettern oder man hat es besonders gut geschafft dann hat man eben die möglichkeit etwas weiter zu klettern als da wird einfach die reichweite erhöht wenn man quasi einen kritischen erfolg erzielt auf der anderen seite hat man aber durch diesen speziellen zehnseitigen würfel den man eben braucht auch die möglichkeit einen sogenannten fernberg als einen kritischen misserfolg zu bekommen was zum beispiel beim hochklettern über eine mauer zum beispiel an einem gebäude hoch dazu führen kann dass eine das ein modell versucht hoch zu klettern dann aber zum beispiel runter fällt oder dass man beim springen über von einem häuser dach zum nächsten nicht so weit springen kann weil man eigentlich viel zoll bräuchte aufgrund des fumbles kommt man aber eigentlich nur ein oder zwei zoll weit und deswegen stürzt man dann 56 zoll ab und bekommt dadurch schaden also das macht das spiel sehr naja ich würde nicht sagen und durchschaubar aber dadurch können eben sehr viele sachen passieren weil man dann einfach ein bisschen überlegen muss gehe ich das risiko ist ein und das ganze zu machen diese aktion zu versuchen hier diese diesen abgrund von zum nächsten zu nächsten häuser dach überwinden zu wollen was eigentlich auch der hauptpunkt im spiel ist man sollte hier durchaus versuchen auch in die höhe gelände zu haben sonst macht das spiel eigentlich wenig spaß oder eben möchte man das gar nicht versuchen und geht doch eher den weg an aktionen der etwas wahrscheinlicher ist ohne dass man eben hier zu viel riskiert dafür ist aber so wenn man solche aktionen erfolgreich schafft dann kann man dadurch gewisse boni sagen ich jetzt mal bekommen zum beispiel wenn man auf eine regel springt oder auf einem geländer von einem balkon oder einer brücke dann wird das gibt es dafür eigene gelände regeln dafür man bekommt von dort weg weil dort die figur nicht also dass die richtige physische figur nicht stehen kann auf der base mit dem base eben auf dieser rally bekommt man dort von regeln bei karnevale einen automatischen zweiten sprung versucht das heißt man spricht ohne einen aktionspunkt ausgeben zu müssen bekommt man einen zweiten gratis sprung mit dem man weiter springen kann das ergibt natürlich eine interessante möglichkeit wie man sie vielleicht von assassin's creed aus dem video spielen her kennen kann dass man sagt man springt vom häuser dach runter auf die auf das geländer der brücke von dort weiter ans ende der brücke und dann den gegner im nahkampf zu attackieren das sind solche aktionen die hier ganz einfach möglich sind oder wenn man sagt man ist ein charakter oben auf einem häuser dach man springt von oben runter auf den gegner drauf riskiert zwar dass man nicht so weit springt dass man vielleicht selbst schaden erleidet wenn man runter fallen sollte aber sollte man weit genug springen und es in den nahkampf in den best kontakt schaffen mit dem gegnerischen modell dann bekommt man eine attack of opportunity als eine automatische attacke die wenn man hoch genug runter gesprungen ist zusätzlichen durchschlag bekommen das heißt man kann hier sehr sehr viel schaden durchaus anrichten aber dennoch ist das spiel so aufgebaut dass man im regelfall modelle nicht mit einer einzigen attack heraushauen kann das heißt man muss hier immer ein bisschen abwägen macht es jetzt hier anzugreifen oder nicht denn ich bekomme und das ist diese attack of opportunity und das finde ich eben interessant immer also wenn ich mich jetzt in den mit meiner ersten aktion mit meinem charakter in base kontakt mit dem gegner bewege bekomme ich diese attack of opportunity kann einmal zuschlagen und kann damit meiner zweiten aktion noch etwas weiteres machen ich habe mich wieder rausbewegen das gibt die möglichkeit den gegner ebenfalls zuzuschlagen aber ich kann auch eine zweite attacke zum beispiel durchführen dass es gibt und das macht eben interessant weil hier ein bisschen mehr einfach passiert obwohl man nur zwei aktionen pro charakter zur verfügung hat der welt für das feld zum beispiel kann ich sagen erste aktion ich bewege mich in den nahkampf mit dem gegnerischen modell zweite aktion ich attackiere bei karnevale erste aktion ich bewege mich mit dem gegnerischen modell in den nahkampf bekomme dadurch eine attack of opportunity kann einmal zuschlagen der tag durchführen und dann noch ein zweiteres mal noch ein zweites mal attackieren noch hier sehr viel mehr möglichkeiten die man hier hat obwohl das regelsystem selbst sehr überschaubar ist und einfach es wird eigentlich für alles dieser texter die wert fast verwendet man hat eben den attacken wert also wie viele attacken als würfel man wirft wenn man im attackiert aber zum beispiel wenn man irgendwo einen sprung durchführen möchte runter klettern möchte rauf klettern möchte bei all solchen aktionen wird eben dieser dexterity wert verwendet daher muss man sich auch als anfänger vergleichsweise wenig merken und das spiel ist auch so aufgebaut dass es sagt es gibt hier die basis regeln die sind recht einfach und man kann dann aber auch weitere regeln die sind jetzt reingekommen mit dem blot von dem water neu im regelbuch um dann reaktionen hat man hat eben auch willenspunkte im spiel und command points aber eben willenspunkte und diese kann man ausgeben um eben solche reaktionen durchzuführen das kann eben eine bewegung sein es kann eine attacke sein das kann ein schutzmechanismus sein dass man hat hier auch eine reihe von möglichkeiten es wird aber hier ganz klar im spiel auch gesagt dass das zusatz regeln sind und eben nicht teil unbedingt des normalen regelsystems man sollte man ohne diese regeln beginnen und sich dann eben absprechen ob man mit seinem gegner diese zusatz regeln eben verwenden möchte oder eben nicht und genau diese einfachheit zusammen mit der an und für sich komplexität die möglich ist bei karnevale mit den sehr schönen figuren die ihr hier auch schon die ganze zeit seht bringt für mich keine wahl eben an den ersten platz und daher keine wahl für mich aktuell definitiv die nummer eins meiner lieblings systeme zum derzeitigen zeitpunkt